So kommst du viel günstiger an Kinotickets, leitet das an all deine Freunde weiter. Ich will jetzt zu Kung Fu Panda, natürlich schön auf dem Kuschelplatz, das kostet 37,80 Euro. Hier ist aber der super Trick, geht einfach zur Gutscheinabteilung und holt dich die Moviebox. Da bekommt ihr nämlich auch zwei Tickets, plus sogar ein Getränk oder Nachos für 29,90. Folgt ein Like für mehr.